Musik Ja, man traut sich, man probt, man stellt sich der Herausforderung, viele begeisterte Musiker vor einem zu haben und die leiten zu dürfen. Das macht mir besonders Spaß und ich versuche einfach, die Leute für die Musik, die ich ausgewählt habe, mit meinen beiden Mitstreitern Raul und Elena, alle zu begeistern und einfach dann sie für die Musik zu begeistern. Das ist das A und O. Spaß an der Musik. Sehr schön, den Johann brauchen wir einmal. Und? Johann Sebastian Bach Johann Sebastian Bach Johann Sebastian Bach Ich bin eigentlich mehr als positiv, ich bin richtig stolz darauf, dass die beiden Gewerke, so will ich sie mal nennen, da zusammentreffen und so etwas Großes auf die Beine stellen. Macht auch Spaß im Moment, die ganzen Vorbereitungen und ja, Stichwort Vorbereitung, Probenwochenende startet morgen Nachmittag bis Sonntagmittag. Also das ist schon eine richtig gute Hausnummer, die wir da glaube ich hinlegen und ich freue mich da tierisch drauf. Das ist richtig gut. Spannende Musik von Orchester und Chor gemeinsam auf spannende Musik von Chor und Orchester alleine auch und vor allen Dingen auch im Rahmen von Film- und Musicalmusik vor allen Dingen. Das ist die Klangvielfalt. Man kennt immer nur Streichorchester mit Chor zusammen und das ist jetzt mal von der Klangfarbe mal was Neues für den Zuhörer. Vielleicht nicht neu, sondern einfach mal ungewohnt auch zu hören. Gerade auch bei den Sachen, die wir machen, sind nicht ganz normal für Blasorchester auch nur, sondern wir haben auch ein bisschen was umarrangiert, auch extra für Blasorchester und das ist mal eine Erfahrung wert, was Neues zu hören. Die allgemeine Stimmung ist euphorisch. Also die Leute kommen ganz viele zum Proben und es ist natürlich jetzt eine Riesenaufregung. Es ist nicht mehr weit, es sind nur noch vier Wochen bis zum Konzert und jetzt sitzt natürlich jede Probe hinter einem und man muss natürlich alles jetzt proben. Jetzt am Probenwochenende ist natürlich ganz, ganz viel zu tun. Relativ einfach für euch. Nochmal rund. Läson, drei, vier, Kyrie. Dankeschön. Der Sopran. Läson, Kyrie. Und Läson, Kyrie. Dankeschön. Läson, Läson. Wunderbar, das war schön. Wer hören möchte, wie Musik Leute in einem Band zieht, in einen magischen Musikusmoment reinziehen kann, der sollte vorbeikommen, denn dieser magische Moment wird dann geschehen, wenn Chor und Orchester gemeinsam musizieren können. Mit Spaß und Freude an der Musik.